Hallo Freunde der Sonne und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge und diesmal wirklich vielleicht der letzten Folge Final Fantasy 16 hier auf meinem YouTube-Kanal. Lassen wir uns mal überraschen. Letzte Folge, ne, geiler, erstmal geiler Soundtrack, Punkt. Und nochmal Kampf 2, 3 und 4, man weiß es nicht, gegen Ultima in seinen verschiedenen Formen, ne, guckt es euch am besten selber an. Finde ich schon relativ sehenswert. Und jetzt gucken wir mal, was noch alles kommt. Theoretisch haben wir ihn besiegt. Praktisch werden wir es jetzt gleich sehen, ob wir es auch wirklich geschafft haben. Sag mir, was glaubst du, wird die Welt befallen? Jetzt, wo du sie endlich hast, deine teure Freiheit. Wer weiß das schon. Aber ich weiß, dass es schwer wird. Wir werden Schmerz und Leid erfahren. Ein hartes Leben. Und das soll es sein, wofür ihr so hart gekämpft habt? Wieso? Weil wir müssen. Wir kämpfen, überleben, überdauern. Das macht uns aus. Wir sind unvollkommene Kreaturen. Jeder Mensch braucht die Schulter eines anderen. Aber dann ertragen wir alles. Mag der Horizont auch noch so weit sein. Wir ziehen weiter. Mit unerschütterlicher Gewissheit. Denn das ist unser Wesen. Meine Gratulation. Genießt diesen Sieg. Doch ihr habt euren Untergang nur aufgeschoben. Eure Welt ist bereits tot. Möget ihr bis in alle Ewigkeit darauf zugrunde gehen. Möget ihr bis in alle Ewigkeit darauf zugrunde gehen. Möget ihr bis in alle Ewigkeit darauf halten. Möget ihr bis in alle Ewigkeit daraufсаurchtet euch. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schöne 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 Wenn du schlafen willst, kann ich ihn nehmen. Nachher sicher gern. Diese Welt gehört dir. Du kannst in ihr leben, wie du willst. Genau wie Sid wollte. So wie sie es beide wollten. So wie sie es beide wollten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das kam jetzt doch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Nochmal hochemotionales Ende, kann man nicht anders sagen. So, bleibt mir nur noch abschließend. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, Final Fantasy XVI. Der einzige Kritikpunkt, sag ich jetzt mal, den ich hätte, wäre, dass es in meinen Augen nicht wirklich Open World war, sondern eher so Open Schlauch. Aber ich sag mal, das ist durchaus vernachlässigbar in meinen Augen. Ansonsten, Grafik hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte, die erzählt wurde sowieso. Soundtrack, vor allem am Ende der Kampf gegen Ultima, da war der Soundtrack nochmal richtig, richtig geil, fand ich. Was soll ich sagen in diesem Sinne? Den Abspann lasse ich jetzt auf jeden Fall nochmal laufen. Ich bedanke mich bei euch allen natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ja Daumen hoch und Kommentar da lassen. Ansonsten, wenn ihr eine Folge verpasst habt, ich habe auf meinem Kanal eine Playlist für Final Fantasy XVI. Da sind alle Folgen von 1 bis, welche Folge ist das jetzt hier? Folge 100, genau. Auch schick. Sind alle in der Playlist enthalten. Können da gerne nochmal von Anfang an angucken. Tja, ansonsten bleibt mir wirklich nicht viel zu sagen. Großartiges Spiel. Ich bin raus und ja, mal gucken. Lasst euch überraschen, was ab morgen um 16 Uhr hier auf diesem, ich nenne es mal Sendeplatz, auf meinem Kanal kommt. Wie gesagt, Abspann etc. lasse ich noch laufen. Guckt euch an, die ganzen Leute, die da aufgeführt sind, die haben da alle mitgearbeitet. Die haben es auch verdient, dass man sie hier durchlaufen lässt. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020